Zunächst mal möchte ich weiter mit euch anschauen, was Jesus in Lukas 13, Vers 6 bis 9 sagt. Da bringt er nämlich sofort ein Gleichnis. Und in diesem Gleichnis redet er von einem Weingarten, ein Weinberg, in dem ein Feigenbaum steht. Er bringt ein Hammergleichnis. Er bringt das Gleichnis, ich sage es euch gleich, von der zweiten Chance, denn Gott ist der Gott der zweiten Chance und von der letzten Chance. Denn Gott ist auch ein Gott der letzten Chance. Es gibt eine zweite Chance, aber es gibt auch eine letzte. Danach gibt es dann keine mehr. Und in diesem Gleichnis spricht Jesus drüber. Was sagt er? Er sagt, da gab es einen Weinberg und der Chef von dem Weinberg, der kam zum Weingärtner und hat gesagt, hey, wir haben hier einen Feigenbaum stehen, der trägt einfach keine Früchte. Schon seit Jahren, seit drei Jahren keine Früchte. Hau ihn ab, was macht denn das Land unbrauchbar? Und der Weingärtner, also in anderen Worten, Gericht ist über diesen Feigenbaum, der keine Früchte bringt, ausgesprochen. Und was sagt der Weingärtner? Der Weingärtner sagt, ach Chef, lass mal, lass ihn noch ein Jahr. Ich grabe um ihn und lege Dünger um ihn. Und wenn er vor Führterhin Frucht trägt, prima. Wenn nicht, so magst du ihn künftig abhauen. Wir sehen hier zwei Sachen. Wir sehen hier eine zweite Chance für diesen Baum. Und wir sehen, dass es gleichzeitig eine letzte Chance ist. So magst du ihn künftig abhauen, wenn er weiterhin keine Frucht bringt. Seht ihr das? Ich halte das für wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Gott gibt uns eine zweite Chance. Aber du musst, wenn sie um die Ecke kommt, sie auch ergreifen. Du darfst nicht sagen, Gott ist ja gnädig, es kommt vielleicht noch eine und noch eine. So wie die Autos auf der Autobahn vorbeifahren, so kommen die Chancen von Gott. Bis mal plötzlich keine mehr kommen. Wie könnte es weitergehen bei uns hier? Viele haben einen Bruch mit Gott. Sogar manche Christen haben einen Bruch mit Gott. Irgendwie ist die Beziehung zum Herrn, die sie haben, nicht so, wie sie sein sollte. Da steht irgendwie was zwischen ihnen. Und ich sage euch, was zwischen ihnen steht. Irgendeine Erinnerung an eine alte Sünde. Und sie denken, dass der Herr ihnen diese Sünde, obwohl er ihnen vergeben hat, immer noch vorhält. Und manche, die sind noch gar keine Christen, die hören mich heute Morgen. Und die sagen, ja, naja, ich habe so viele üble Dinge getan. Mann, mein Leben ist so kaputt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um wieder zurückzukommen. Wenn ich mich anschaue und mich vor Gott betrachte, dann, es wird nichts mit uns. Du musst bedenken, Gott ist der Gott der zweiten Chance. Gott ist der Gott, der vergibt, er nimmt Gnade in die Hand und hält sie dir hin. Und ich möchte das jetzt in aller Kürze an drei Personen zeigen. Die erste Person ist der König Manasseh. Zweite Chronik, Kapitel 33, das ganze Kapitel. Der hatte einen Supervater, nämlich den König Hiskia, einer der besten Könige überhaupt. Aber der Sohn dieses guten Königs, der war übel drauf. Der war ein sinnlicher Mensch, sinnenfroh, sagt man wahrscheinlich. Der hat es zusammengebracht und ist von Gott abgefallen und hat dem ganzen Heer des Himmels im Tempel Gottes, im Vorhof dort, Altäre gebaut. Sonne, Mond und Sterne und den Fruchtbarkeitsgöttern Kanaans. Dann hat er eine Aschera aufgestellt oder einen Götzen halt. Dieser Baals- und Aschera-Götze war eigentlich einfach nur ein aufgerichteter Pfahl. Ganz früher war das mal der Baum des Lebens, der kultisch verehrt worden ist. Aber irgendwann ist es degeneriert in eine reine Fruchtbarkeitsorgie und dann hat dieser Baum da was anderes symbolisiert. Das will ich jetzt nicht vertiefen, okay. Aber ihr könnt euch denken, was es ist. Und in anderen Worten, die haben im Vorhof des Tempels Gottes begonnen, Orgien zu feiern. Und er hat noch viele, viele andere wilde, furchtbare Dinge gemacht. Er hat zum Beispiel seine Söhne durchs Feuer gehen lassen, heißt es da. Das bedeutet, er hat sie nach der Geburt getötet. Wie? Er hat seinen Götzen als Opfer gegeben. Was hat er getan? Er hat im Tal des Wimmerns, hebräisch Gehenna, wird oft mit Hölle übersetzt, dieses Wort. Das wurde später der Schuttplatz von Jerusalem. Dort hat ständig ein Feuer gebrannt. In diesem Tal hinum, im Tal des Wimmerns, haben sie den Götzen Moloch aufgestellt. Den haben sie heißglühend gemacht. Und dann hat der König seinen Sohn, sein Baby hergenommen und hat dem Götzen auf die heißglühenden Hände gelegt. Das Kind ist hineingerollt in diese hohle, glühende Götzenfigur und hat dort gewimmert, bis er tot war. Übelst, übelst. Okay, solche Dinge hat er gemacht. Also die schlimmste Sachen. Und dann hat Gott ihm Propheten geschickt, die ihn angesprochen haben. Er hat ihn Predigten hören lassen, die sein Herz angesprochen haben. Aber er hat sich gedacht, du kommst, noch eine Chance, bumm. Und er hat sie vorbeistreichen lassen. Bis zum Schluss der Herr gesagt hat, Schluss jetzt. Er hat nämlich ganz Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Gegend mitgenommen und ins Unglück gestürzt. Dann hat der Herr, nicht der Teufel, hat der Herrgericht geübt. Und er hat die Assyrer runtergeschickt, den asyrischen König. Und er kam, das kannst du nachlesen, im U-Text geht es besonders gut hervor, kommt es besonders gut hervor. Als er das König von Assyrien kam und hat dem König von Manasseh, dem König von Judah, einen Haken in die Nase gelegt. Als ob er ein Tier wäre, hat ihn einen Haken gelegt und hat ihn bis nach Jerusalem, bis nach Babylon geschleift. Und dort saß er dann im Gefängnis, in Sack und Asche. Und als er dort im Gefängnis sah, ist er ins Nachdenken gekommen. So wie der verlorene Sohn, so wie Simson im Gefängnis. Ist er ins Nachdenken gekommen, so wie Deutschland heute anfängt nachzudenken. Und Österreich und die Schweiz und viele andere Länder. Die Vereinigten Staaten, viele Leute aus den Vereinigten Staaten schauen uns zu. So, die Sache ist, ja, wir befinden uns in einem Maß von Gericht, aber es ist nicht das Ende aller Tage. Es gibt heute uns und wir wissen, was wir wollen. Wir wollen Erweckung und wir wollen, dass unser Land zurückkehrt zum Herrn. Dafür sind wir bereit, ja, zumindest manche von uns, am Sonntag zwischen 20 und 20.30 Uhr zu beten und am Mittwoch zwischen 20 und 20.30 Uhr, dass der Herr hier Barmherzigkeit üben möge. Preis dem Herrn. So, wir können natürlich das Blatt sehr wohl wenden und es ist oft in der Vergangenheit gewendet worden. Die Türken waren schon mal vor Wien und mussten dann doch wieder abdampfen. So, ich sage da mal eins. Der Mann, der hatte ja ein echtes Problem mit Gott. Er war ein Mörder, er war ein Götzendiener, er war ein Okkultist. Er hat Gott gereizt, das heißt, er hat diese Dinge getan, um Gott zu reizen, um zu schauen, na, wann macht Jahwe, der Gott Israels endlich mal was? Wann haut er mir endlich mal auf den Hintern? Und Gott hat es ewig lang nicht gemacht, er ist nur mit Worten gekommen. Bis zum Schluss, er gesagt hat, okay, jetzt langs. Und dann gab es den Haken in die Nase und er musste nach Babylon. Dort saß er im Gefängnis und hat plötzlich gemerkt, oh, dumm gelaufen. Und dann heißt es, er hat sich vor Gott gedemütigt. Er hat Buße getan und hat sich vor Gott gedemütigt. Was hat er gemacht, als er sich gedemütigt hat? Hat er sich in Sack und Asche gesetzt? Hey, hallo, in dem ganzen Zellentrakt saßen alle in Sack und Asche. Es gab nur Säcke zum Anziehen und Asche zu essen, hallo. Wie hat er sich also gedemütigt? Ich sage euch, ich bin mir sicher, er hat sich so gedemütigt wie Daniel seinerzeit. Und wie Mose den Pharao aufgerufen hat oder aufgefordert hat, sich zu demütigen. Mose kam nämlich im 2. Mose, Kapitel 10, Vers 3, zu Pharao und hat gesagt, Pharao, demütige dich unter den Herrn und sei ihm gehorsam und lass sein Volk ziehen. So du demütigst dich unter den Herrn, dadurch, dass du ihm seinem Wort gehorgst. Und so wie du das in deiner Situation gerade kannst. Du demütigst dich durch Gehorsam. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, wink ihm zu, wenn du weit weg sitzt und sag, Gehorsam ist Demut. Und Demut ist Gehorsam. Ohne Gehorsam keine Demut. So ist es, so ist es, so ist es. Halt es fest, es ist wichtig. So sitzt du also da und denkst dich, oh Herr, was kann ich jetzt noch machen? Mann, hab ich versammelt, oh Herr und Gott meines Vaters, Hiskia, meines Vaters Davids, erhöhe mich doch und du sollst mein einziger Gott sein und was kann ich jetzt machen, um dir zu dienen? Ich kann beten. Ich bete für mein Volk. Oh Herr, vergib deinem Volk. Sei deinem Volk gnädig. Und wenn der König mal so betet, ihr Lieben, dann geht dem Herrn das Herz auf. Und wisst ihr, was passiert ist? Er hat diesen König, diesen bitterbösen König, diesen König, den ihn gereizt hat, einen Orgienfuzzi, einen Mörder, einen Kindermörder hat er genommen, hat ihn, nachdem er sich bekehrt hat, wieder eingesetzt in sein Amt als König. Und wisst ihr was? Damit nicht genug. Der Mann hat 55 Jahre lang regiert. 55 Jahre. Länger als alle anderen. Der 42 Könige Israels. Das war einer, der böse begonnen hat und gut geendet hat. Im Gegensatz zu Saul, der gut begann und schlecht geendet hat. Oder Salomo, dem der Herr erschienen ist und der zum Schluss zum Götzendiener geworden ist. Der Mann jetzt, der war Götzendiener und jetzt hat er sich aber bekehrt. Und der Herr hat sich gedacht, hey, jetzt wo er sich bekehrt hat, jetzt wo er. Jetzt wo er sich gewandelt hat, jetzt wo er ein gutes Beispiel ist, jetzt lasse ich ihn regieren und noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und er hat ganz Israel reformiert. Warum? Weil der Herr diese Regierung gebeugt hat, ihr Herz geändert hat. Ich habe schon wieder einen Gedanken, wie man beten könnte. Und plötzlich waren die an der Macht, aber mit dem Segen Gottes. Und plötzlich war alles anders. Der hat dann eine Reformation gemacht, der hat die Götzen alle aus dem Land geschafft. Dieser Manasseh, wunderbar. Also es gibt Hoffnung, es gibt auch Hoffnung für verlorene Regierungen. Nächstes Beispiel. Du sagst, ja, das sind ja gar keine Christen, der war ja gar kein Gläubiger. Aber ich, ich habe gesündigt vor 20 Jahren mal dies, das oder jenes oder erst vorgestern, was weiß ich. Und jetzt ist was zwischen dir und Gott. Ich muss folgendes dazwischen schieben, ganz kurz. Vor vielen, vielen, vielen Jahren. In einem ganz anderen Jahrzehnt. Da hat sich mal einer vollkommen unsäglich daneben benommen. Und übelstes Zeug gemacht. Also was jetzt mich hier betroffen hat. Und ich habe mir gedacht, das kann wohl nicht wahr sein. Und ich bin der Person natürlich später immer noch begegnet. Und ich kann es euch nicht sagen. Ich würde es euch sagen, wenn wir es sagen können. Aber es ist so übel. Es ist nicht, ich kann es nicht mitteilen, okay. Egal jetzt. Auf jeden Fall, also ohne die Person irgendwie wirklich schlecht dastehen zu lassen. Egal. Auf jeden Fall, immer wenn ich dann mit der Person zusammen war, war es so verkniffen. Furchtbar verkniffen. Es war was zwischen uns. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, ich habe immer noch was gegen ihn. Und habe das nicht schon längst an den Herrn abgegeben. Ich bin dann irgendwann auf die Person zugegangen und habe gedacht, hey, hör mal zu. Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Bedingungslos einfach so. Um die Luft zwischen uns zu klären. Und es ist was Interessantes passiert. Ihr hättet das Gesicht mal sehen müssen. Ihr hättet das Gesicht sehen müssen. Das ist dieses. Ja. Gut. Wenn das halt so vergessen ist, was ich da getan habe. Wenn das jetzt wirklich mir nicht mehr zugerechnet wird. Und plötzlich war die Person wieder normal. Vorher war sie streck, streck. Aber plötzlich war es wieder normal. Ansprechbar und so weiter. Schau, auf den Punkt will ich raus. Dass du diese Verkrampfungen, die tief in deinem Herzen drinnen stecken. Dass du die los wirst. Dass du sagst, okay, ich empfange die Vergebung vom Herrn tatsächlich. Ich empfange sie tatsächlich. Ich nehme sie an und ich glaube sie. Ich eigne sie mir an. Das betrifft vielleicht nicht alle. Aber manche betrifft es eben doch. Ja, du fühlst dich nicht frei Gott gegenüber, weil du denkst, da steht immer noch was zwischen dir. Ja, du hast um Vergebung gebeten. Und ja, er hat dir vergeben, aber immer noch trotzdem. Dann hör mich heute Morgen. Der Herr gibt dir Gnade, er reicht dir Gnade dar. Und du musst jetzt sagen, ich empfange die und ich pfeife auf die Vergangenheit und auf meine Sünden, so wie Manasseh. Hey, du bist nicht so schlimm wie Manasseh. Und Gott hat Manasseh völlig vergeben. Ein anderer ist David. Ein Ehebrecher und ein Mörder. Und er hat sich die Frau von einem loyalen Soldaten geschnappt. Ja, die Bathseba, die Frau des Uriah. Und als sie dann schwanger war von diesem Ehebruch, hat er dafür gesorgt, dass in einem Militäreinsatz ihr Mann an vorderster Front war und gestorben ist. Sehr bequem. Und dann kommt er nicht mal selber drauf, dass es jetzt schlimm war und eine Sünde war, dass er sich jetzt bekehren muss und dass er um Vergebung bitten muss, macht er nicht. Ein Prophet muss erst kommen und muss ihm mit der Nase draufstoßen. Und dann aber tut David Buße. Er tut Buße und der Herr vergibt ihm. Ja, das Kind des Ehebruchs, das ist gestorben. Das hat der Herr sterben lassen, das war Gott ausdrücklich. Er sagt es, weil du den Feinden Gottes dadurch durch diese Sache Anstoß gegeben hast. Einen Grund zum Lachen gegeben hast. Ha, ha, ha. Deswegen muss dieses Kind sterben. Ist auch ein Geheimnis. Sünde kostet immer. Aber auch wenn sie vergeben wird, auch wenn sie weggewischt wird, Sünde kostet immer. Bei Manasseh war es der Sohn. Der Sohn hat wieder genauso schlimm gewütet wie der Vater vor der Bekehrung. Und bei David war es, dass dieses Kind starb. Aber danach war dann alles wieder okay. Danach ist dann Folgendes passiert. Der nächste Sohn der Ehebrecherin und des Mörders ist der König, der weißeste König Israels geworden. Salomo. Hammer. So, Gott hat dieser Familie das dann nicht mehr vorgehalten. Und er hat dem Salomo nicht vorgehalten, aus was für einer schlimmen Familie, dass er stammt. Sondern er hat ihm vergeben und er hat ihn nicht nur vergeben, er hat ihn befördert. Er hat nichts gegen ihn gehabt, sondern da heißt sogar, der Herr liebte ihn. Er hat ihm einen Spitznamen gegeben. Überleg dir mal, wenn der Herr dir einen Spitznamen gibt. Dem Sohn der Ehebrecherin und des Mörders. Boah, der Hammer. Und die nächste Frau, die zu mir gesprochen hat und die ich euch mitteilen möchte, bevor ich dann zu meiner heiligen Botschaft komme, ist die Ehebrecherin. Die haben sie auf frischer Tat ertappt, als Jesus im Tempel gepredigt hat. Und sie schleifen sie an den Haaren herbei, sie zerren sie hinein in den Staub im Tempelvorhof. Und alle stehen um ihn herum und sagen, die haben wir ertappt auf frischer Tat. Sie wussten genau, wann da was läuft. Mose sagt, wir sollen sie steinigen, was sagst du? Was sagst du? Und Jesus beugt sich nieder und schreibt mit dem Finger in den Staub. Und es hat zu den Schriftgelehrten gesprochen. Die wussten nämlich, was es ist, was es bedeutet. Die kannten nämlich Jeremia 13. Da steht in Jeremia Kapitel 13, in Vers, wenn ich es in meinen Notizen gleich finde, für 17, Jeremia 17, 13. Die, die abweichen, die werden in die Erde geschrieben, denn sie haben den Herrn, die Quelle des Lebendigen, oder die Quelle des Lebens verlassen. Wenn also Jesus jetzt in den Staub schreibt, dann denken die diesen Vers, Kapitel 17, Vers 13, in Jeremia. Die haben das gekannt, die kannten die Bibel genau. Und die wussten, okay, da schreibt einer in den Staub. Die Verlorenen werden von Gott in den Staub geschrieben, weil sie die Quelle des Lebendigen, die lebendige Quelle verlassen haben, den Herrn. Hm, was will er uns damit sagen? Und dann plötzlich durchfährt es sie, sie denn heiß. Denn ich sage euch mal was. Alle, wie sie da standen, hatten diese Frau. Alle. Und dann sagen sie, ja, Meister, was sagst du jetzt? Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werft ihr den ersten Stein. Wer von euch ohne Sünde, das Wort Sünde in diesem Zusammenhang, wird genauso benutzt wie das Wort Sünderin. Ihr wisst, wenn eine Frau eine Sünderin ist, dann weiß man, was sie macht, richtig? Und genau in dem Zusammenhang, in dem Kontext benutzt Jesus dieses Wort Sünde. In einem Wort, das ist ein anderes Wort für Ehebruch. Wer von euch, nichts hatte mit dieser Frau, der werft ihr den ersten Stein. Wer von euch ohne Sünde ist, werft ihr den ersten Stein. Und dann schreibt er wieder weiter. Und er merkt, oh ja, wir haben den Quell des lebendigen Wassers verlassen. Wir haben den Herrn verlassen, wir werden in die Erde geschrieben. Und dann wurde es ihnen zu unheimlich und sie sind gegangen. Sie haben nämlich gewusst, wir sind Heuchler. Äußerlich dringen wir drauf, dass die Leute diese Gesetze halten. Aber hintenrum, so im Hintereingang, da sündigen wir ganz genauso. Wir sind entlarvt als Heuchler. Und als die Frau dann allein da stand, sagt Jesus zu ihr, na Frau, wo sind deine Verkläger? Verklagt dich niemand? Niemand, Herr. Und die Frau steht da mit vergangenen Knien und in ihrem Unterhemd und weiß nicht, was jetzt kommt. Und jetzt kommt was Wunderbares. Jetzt vergibt Jesus ihr, bevor sie um Vergebung bittet. Bevor sie Buße tut. Jesus gibt ihr Vergebung, er reicht ihr Gnade da, bevor sie drum bittet. So ein vergebender Gott ist Gott. So ein Gott der zweiten Chance ist Gott. Gott will, dass du immer wieder mal die Vergangenheit Vergangenheit sein lässt und nur noch nach vorne schaust. Und weißt, der Herr ist gestern, heute und in Ewigkeit dasselbe. Wenn er damals den Leuten vergeben hat, vergibt er mir auch. Ich kann mir das also leisten. Ich darf neu anfangen. Nein, das dürfte dir innerlich erlauben, das ist wunderbar. So, er sagt nämlich jetzt zu ihr, Frau, so verurteile auch ich dich nicht. Jesus kommt jetzt nicht her und setzt über die Frau zu Gericht. Obwohl sie nicht um Vergebung bittet, obwohl sie nicht Gott um Vergebung bittet, nichts tut sie, sie steht nur da und schlottert mit den Knien. Und Jesus sagt, komm, ich vergib dir auch. In anderen Worten, lass uns das mal, schwamm drüber. Lass uns das wegwischen. Und das Nächste ist, sündige hinfort nicht mehr. Also er ruft sie sozusagen in die Nachfolge. Das ist wunderbar. Es war mir wichtig, das heute Morgen gesagt zu haben. Es ist wichtig, 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 dass du innerlich, um durchzubrechen zu einem stärkeren Gebet, dass du dich tatsächlich mit dem Gedanken anfreundest, Gott hat dir wirklich vergeben. Er hat dir wirklich vergeben. Und du bist kein Mörder und kein Ehebrecher. Vergiss es also, dass du seine Zeit damals bei der Firma den Hammer mitgenommen hast und die Nägel und die Bohrmaschine und den Tisch und den Presslufthammer. Gibt die Dinge zurück, wenn sie nicht schon 20 Jahre alt sind. Und ansonsten vergiss er es und empfang Gnade von der Hand des Herrn. Amen. Aber ihr Lieben, jetzt muss ich unbedingt noch weiter. Jetzt muss ich noch weiter, noch weiter, noch weiter. Viele, ihr Lieben, sind nämlich verzweifelt. Wir kriegen ja Zuschriften. Und viele, viele haben nicht den Geist des Glaubens. Viele haben den Geist des Entsetzens. Oh, der Antichrist und Trübsal. Und wenn ich in die Bibel sehe, dann sehe ich keine Erweckung. Dann sehe ich nur Trübsal und Abfall vom Glauben und Trübsal. Und es wird immer schlimmer und Impfungen und Geben manipuliert und Chip und rauf und runter. Und man möchte direkt denken, der Teufel ist den Jüngern erschienen in Matthäus, Kapitel 28, Vers 18 und 19 und sagt, Mühe, ist gegeben. Alle Kraft im Himmel und auf Erden. Deswegen fürchtet euch. Aber das macht Jesus nicht. Jesus ging nicht umher und hat gesagt, kommt zu mir, folgt mir nach und ich sage euch, wie ihr in den Himmel kommt. Das hat Jesus nicht gemacht, wenn ihr mal genau liest. Er sagt vielmehr was ganz anderes. Pass auf, es ist wichtig. Er sagt vielmehr, kehrt um, folgt mir nach, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er sagt nicht, ich sage dir, wie du in den Himmel kommst. Er sagt, folgt mir nach und ich sage dir, wie der Himmel zu dir kommt. Es ist ein vollkommen anderes Evangelium oft. So, Jesus läuft also nicht rum und sagt, oh ja, betet, dass er bald, dass die Entrückung bald ist. Betet, dass er bald sterbt, dann habt ihr es hinter euch. Das macht der Herr nicht. Im Gegenteil. Der Herr sagt, äh, 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 Himmel auf Erden. Dein Wille geschehe wie im Himmel. Oh, er sagt nicht, betet drum, dass der Herr euch aus diesem Jammertal befreien möge und den Himmel holen möge. Er jammert besonders und beschwert euch. Nein, das macht er nicht. Er sagt, schnauft mal tief durch, liebe Jünger. Folgt mir nach und ich sage euch, wie der Himmel auf die Erde kommt. In anderen Worten, wie du durch Gebetserhörungen und wie du doch einfach durch den schieren, bloßen Glauben und durch die Gnade Gottes so gut lebst auf der Erde, dass du gar nicht zwingend in den Himmel willst. Jetzt nicht, früher war das so und auch heute ist es noch so, ich will gar nicht, dass der Herr kommt, ich möchte jetzt noch heiraten und Kinder haben, heiraten und Kinder haben, vor allem Mädels wollen das. Ja, der Herr möchte, dass du Himmel auf Erden erlebst. Schau, als Jesus umherging und Kranke geheilt hat und Hungrige gespeist hat und die Probleme gelöst hat, in anderen Worten, Stürme gestillt hat, die Zeiten dominiert hat, Besessene befreit hat. In dem Moment, als Jesus das tat, war Himmel auf Erden. Richtig? Und genau das möchte der Herr auch. Er geht umher, das war seine Predigt, er sagt, kommt, folgt mir nach, kehrt um, denn das Reich des Himmels ist nahe gekommen. Der Herr will nicht, dass du in den Himmel gehst, er will, dass der Himmel zu dir kommt. Was bedeutet das für dich, dass der Herr dir Gnade und Kraft gibt für alle Aufgaben, die sich dir hier unten auf der Erde stellen und zwar Tag für stinkigen Tag für Tag, dass zum Schluss die Tage nicht mehr stinken, sondern singen. Ist echt so? Halleluja. Schau, Paulus, der ja wirklich Schwierigkeiten hatte, der sagt im 2. Korinther Kapitel 2 Vers 14, der Herr führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. Alle Zeit im Triumphzug. Nicht alle Zeit im Jammertal, sondern alle Zeit im Triumphzug. Paulus hatte große Schwierigkeiten, rauf und runter, noch und nöcher. Aber es hat seinen Geist nicht gebrochen. Im Gegenteil. Er wusste, wenn es wieder mal besonders übel abgeht, dann geht es zum Schluss wieder besonders gut weiter. Okay. Du sagst, klingt alles ziemlich gut, kannst etwas spezifischer werden. Ja, ich will mal noch auf Jesus zum Abschluss jetzt eingehen. Himmel auf Erden. Der Herr will Himmel auf Erden. Wie ist das? Schaut, wenn ich solche Sachen sage, der Herr will Himmel auf Erden, dann kommen sich manche von uns vor, wie beim Schaufenster schauen. Beim Weihnachtseinkauf. Du siehst in der Auslage diese wunderbaren Verheißungen. Himmel auf Erden. Alle diese schönen Sachen. Und du hättest sie gern. Du siehst, sie sind irgendwie da für dich. Aber du kannst sie nicht ergreifen. Da ist eine Wand zwischen dir und denen. Irgendwie möchtest du gern, aber du kommst nicht irgendwie durch. Wie gehst du da vor? Wie komme ich an diesen Segen? Wie kommt der Himmel auf die Erde? Dazu müssen wir Folgendes wissen. Schau, Gott im Fleisch, als er umherging, war unauffällig. So ist der Segen Gottes oft unauffällig. Wichtig, dass wir das festhalten. Der Gott im Himmel ist so sehr Mensch geworden, dass er sich eine Adresse auf der Erde zugelegt hat. Nazareth. Jesus heißt Jesus von Nazareth. Er hat gewohnt in Nazareth in der Straße so und so. Gott, versteht ihr? Derjenige, der die Welt erfunden hat, der wohnt jetzt da auf dem Dorf. Er hat seine Herrlichkeit mal kurz durchblicken lassen auf dem Berg der Verklärung. Da haben sie gesehen, was wirklich in ihm drinnen steckt. Aber dann war plötzlich das Ganze wieder weg und er war wieder vollkommen normal. Als Jesus die Straße entlang ging, hat sich nicht jeder umgedreht und gemeint, Gott, Gott ist unter uns. Nee, ist nicht passiert. Okay, so komm also davon weg, dass du ständig Ausschau hältst nach Engelserscheinungen, nach donnerndem Reden, sondern mach das anders. Halt Ausschau nach inspirierten Gedanken. Vor allem, du musst zunächst mal auf den Punkt kommen, dass du sagst, Herr, ich habe hier ein Problem, aber du hilfst mir, das zu lösen. Manche laufen nämlich vor dem Problem davon. Die lösen es gar nicht. Bei manchen, wenn man zu denen ins Wohnzimmer kommt, da ist im Teppich so eine Riesenbeule drin. Darunter sind die ganzen Probleme, die sie drunter gekehrt haben unter diesem Teppich. Aber so geht das nicht. Wenn du Gottes Hilfe haben willst, ganz wichtig jetzt wieder, dann musst du dich deiner Probleme stellen. Du darfst sie nicht vermeiden. Der Heilige Geist ist dein Helfer. Er hilft dir, das Problem zu lösen. Er hilft dir nicht, das zu vermeiden. Irgendwann früher oder später kommt es. Wir müssen uns die Haltung zu eigen machen, wie Jesus sie hatte. Er hat nämlich, als seine Zeit erfüllt war, sein Angesicht darauf gerichtet, nach Jerusalem zu gehen. Bedeutet, er hat jetzt sein Angesicht darauf gerichtet, ans Kreuz zu gehen, zu sterben und von den Toten aufzuerstehen. Das war das Problem, das war die Aufgabe. Und er hat sein Angesicht darauf gerichtet, nach Jerusalem zu gehen und eben das zu tun. Okay, so hast auch du jeden einzelnen Tag bestimmte Aufgaben. Für Jesus war es das Kreuz, du hast dein tägliches kleines Kreuz. Okay, Jesus hat sein Angesicht darauf gerichtet. Ich ziehe das jetzt durch. Genauso musst du hergehen und sagen, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe ein Problem, ich will dieses Problem lösen. Bei Gott, der Herr wird mir helfen. Nicht so dieses, klappt eh nicht, dann überhaupt. Was du dadurch wirst, ist einfach nur unzufrieden und dauerfrustriert. Aber du sollst nicht dauerfrustriert sein, sondern du sollst dauernd im Sieg leben. Deswegen musst du schon an die Sache anders rangehen. Du musst an die Sache rangehen mit dem Wissen, Gottes Gnade ist neu jeden Morgen und er hilft mir auch heute. Jesus hat das mal gut zusammengefasst, ich komme gleich drauf. Zunächst mal machen wir das zu Ende. Jesus geht jetzt dazu nach Jerusalem und er lehrt dort und er predigt dort. Und er geht dort, als es soweit ist, nach Gethsemane. Und was ist in Gethsemane? Dort hat er plötzlich Angst. Markus Kapitel 14, Vers 30 oder so. Da fürchtet sich Jesus plötzlich. Da lässt er mal seine ganze Gefasstheit fallen und zeigt, wie es in seiner Seele aussieht. Er will das nicht, er will nicht ans Kreuz und er leidet. So kann es halt so sein. Pass auf, dass du an der Lösung deiner Probleme leidest. Das ist nicht so leicht, das ist das Problem zu lösen. Was macht der Herr? Er betet und er ist in ringendem Gebet. Er sagt, Vater Herr, wenn es dein Wille ist, lass diesen Kelch an mir vorüber gehen. Aber wir wissen, es ist nicht passiert. Was ist stattdessen passiert? Stattdessen ist etwas Wunderbares passiert. Ein Engel Gottes erschien ihm und stärkte ihn. Plötzlich hat er wieder Kraft gehabt, geistliche Kraft. Er war wieder voller Vollmacht. Die ganze Angst, all diese Dinge, die waren wie weggeblasen. Plötzlich war die Salbe und die Kraft Gottes wieder da. Plötzlich wusste er, hey, ich pack das. Die Kraft Gottes ist mit mir, der Heilige Geist ist mit mir. Wir packen das. Und dann müsst ihr mal schauen, wie das ablief, als Jesus gekreuzigt wurde. Als sie kamen und ihn verhaften wollten. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Ich bin's. Und diese ganzen 600 Mann fallen um. Unter der Kraft Gottes. Hallo. Das war ein Gebet. Der Herr hat hier Zuspruch und Kraft bekommen. Dann haben sie ihn doch abgeführt, verwirrt, wie sie waren. Dann haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Und Jesus hat nicht gewinselt, gebettelt, geplärrt, geschrien. Er hat nichts dergleichen gemacht, was die Leute damals gemacht haben, wenn sie hingerichtet wurden. Sondern er hing dort, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Überleg dir das mal. Die Gefasstheit unter unbeschreiblichen Schmerzen zerschlagen. Der hatte die Kraft, das durchzuziehen. Und er hatte die Kraft, von den Toten wieder aufzustehen. Preis dem Herrn. Und genauso wird es mit dir auch gehen. Der Herr wird dir für deine Probleme eine Lösung geben. Aber dafür musst du dich deinem Problem stellen. Und du darfst ihm nicht davonlaufen. Manche von uns sind notorische Davonlaufer. Deswegen bist du auch immer so frustriert. Deswegen ist die Laune bei dir immer so leicht frustrig. Du solltest eigentlich jeden Tag in irgendeiner Form ein Triumph haben. Du solltest jeden Tag auf eine gelöste Aufgabe zurückblicken können. Hier, mein letzter Vers für heute Morgen. In Matthäus Kapitel 6, Vers 34, da sagt Jesus, Seid nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Oh, Leute, das ist fantastisch. Der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Da steckt zu viel drinnen. Ich meine, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Aber was der Herr da sagt, ist es folgendes. Probleme für morgen, kriegst du die Gnade für morgen. Aber erst morgen. Weil wir würden natürlich gern, ja, immer alles genau im Voraus planen. Wir wissen am liebsten mit 20 schon, wie viel Geld wir mit 67 auf der hohen Kante haben. Aber vielleicht musst du dann schon bis 83 arbeiten. Wer weiß das. So, wir machen diese Pläne. Aber ob die dann wasserdicht sind, würde ich mal nicht drauf witten. Und Jesus sagt, hey, lass es mal. Jeder Tag, sagt er weiter, hat an seinem Übel genug. Das heißt, an jedem Tag gibt es genug unangenehme Aufgaben für dich zu lösen, die du nicht gern magst, die du aber machen musst. Aber wieder zurück zu diesem Satz, den Jesus sagt. Jeder, der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Du hast die Kraft und die Weisheit, die Aufgaben, die sich dir stellen, zu lösen durch die Kraft Gottes. Der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Das ist ein gewisser Automatismus von Gott her. Neuer Tag, neue Gnade. Deswegen heißt es ja auch, deine Gnade ist neu jeden Morgen. Bei Jeremia. Oh Mann. Leute, das ist wichtig und gut. So, wir halten das nochmal fest. Wenn du Himmel auf Erden erleben willst, dann definieren wir Himmel auf Erden so. Gelöste Probleme. Gelöst mit der Hilfe und mit der Kraft Gottes. Gelöste Probleme auf Erden. Sind Himmel auf Erden. Und der Herr, wenn es sieht, dass du da Fuß fassen tust, als Problemlöser, dann segnet er dich mehr und mehr. Denn die höchst bezahlten Menschen auf der Welt sind die besten Problemlöser. Oder andersherum. Die besten Problemlöser sind die höchst bezahlten. Steve Jobs zum Beispiel hat ein Problem gelöst, von dem viele von uns gar nicht wissen, dass wir es hatten. Er hat das Smartphone erfunden. Und es hat darüber zum Milliardär geworden. Der hat ein Problem gelöst. Merkt ihr was? So funktioniert das. Es ist ein Segen Gottes. Und so funktioniert das. So, du musst also dich auf deine Aufgabe einlassen und nicht sagen, ich schmeiß alles hin. Du hinschmeißen können alle. Aber lösen kannst du, Herr. Du musst dann zusammen mit dem Herrn dein Angesicht auf Jerusalem richten, sozusagen. Sagen, hey, ich packe dir das jetzt, ich mache jetzt die Steuer, schon zwei Jahre überfällig. oder was halt gerade bei dir dran ist und dann legst du los bei dem Herrn. Amen. Amen.